Ja, so ist es. Profi-Style. Ja, auf jeden Fall. Dafür gibt es jetzt Tripwalk, ja? Es wird natürlich nur die ersten drei hingewiesen. Dankeschön. Ja, so ist es. Aufgefasst, 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 aufgefasst. Okay, wählt ihn, wenn ihr Mutter bei mir liebt. Wählt mich, dann bekommt ihr reiner Kick. Pass mal auf, du bist scheiße, du lebst die nicht auf. Soll dich burnen mit Chips auf den Augen. Dein Problem, kann ans Leben zu gehen. Denn pass auf, ich allein, rein für 10. Okay, du kannst gar nicht. Was bist du ein Arschgesicht, eher ein Sparwitz? Glaub mir, ich Arschloch getratet. Deine Gesicht, die dich süßlich haben auf Partys. Glaub mir, ich reduziere dich auf Weißruhe. Du hast hier nichts zu suchen in Freipurg. Okay, pass auf. Und der letzte Lied, ein Rhyme, ich kann dich einfach gleich halten. Dein Arschloch hat das Motto, einfach frei halten. Ich glaub mir, eins, du bist mein Arschloch. Ich komm nicht einfach dazu wie ein Graswitz. Ja, du bist eher so peinlich. Ich zerreißte dich, einer reißen kleiner sich. Ich glaub mir, eins, dass du hier der größte Idiot bist. Du schließt nur in seiner Freizeit im roten Licht. Ja, du bist ein Arschloch. Und alles macht die Brücke, die aus der Kontoretta-Golzen kam. Jo, jo, ich würd sagen, schau ihn an. Er ist nur ein kleiner Lutscher. Ich weiß es, weil er sein erstes Fall im Ruf hat. Versag doch mal, hey, ich hab mir, wer du bist. Ich bin wie Abikopon, Klingelei, du bist gefickt. Was, wer, ist? Er ist nur ein Hampelmann. Zu Hause zieht die Mama noch sein Strampler an. Komm, hallo, hey, es ist so los hier. Ich bin am Mikrofon, geht einfach sofort los hier. Das ist einfach, einfach so easy. Ich bin kein harter Kerl, nein, ich war ein Zibi. Trotzdem reiß ich das aus. Ich bin hier am Mikrofon, er rappt, ich schweiß mal drauf. Du bist angewitzt, du bist angepisst. Ich bin am Mikrofon, guck, du kriegst ne Hand, du Bitch. Ich weiß natürlich, dass ich diesen Peller gleich den Kopf abreiß. Denn ich weiß, ich bin wenn er labert, dann natürlich Dauerscheiß. Ich komm dauernd halt direkt hier nochmal, halt im Dauerleib. Alter, was du hast, das wüsste ja nicht gesagt, kein Dauerscheiß. Du bist nicht mal schlauer, so wie ich, ich hab mir viel mehr Gedanken. Und deswegen muss ich dich ausbringen, genauso wie ein Schwamm. Ich weiß, ich komm, der konnte mal an uns des Regens. Die Regeln einfach so an den Tag. Ich weiß, du wirst geschlagen, du hast meine Lenktheit, ich bin letzter. Alter, man, den Kopf ist klar, denn ich bin einfach Kickstarter. Was geht ab dem Mikrofon, da find ich die Texter. Manke, einer, wir arbeiten, sind die Letzter. Okay, ich bin da, ich schau dich an, denn du bist dumm. Und ich glaub, das weiß auch das Publikum. Ich bin der Schreit, so wie was ist los für dir, live am Mikrofon. Ich dreh's selbst nicht hin, wie geht's los für dir. Guck mal, ich rapp, einfach frei wie er. Ja, ich rinke, ich brauche mich weiter, denn ich bin größer, klar, weil ich fess mich da. Aber so und weh' den Facken abhau'n, ich bin an der Bar, weh' den Facken abhau'n. Ich bin an der Bar, weh' den Facken abhau'n. Ich bin ein Applaus. Hey, du bist der Schreit, aber alles, sei nicht abgelaufen. Ich bin hier am Mikrofon, dann du weißt es nur ein bisschen auf. Ich bin ein Hund, ich hab' vor deine Tür. So wie schwimmen, Assi, doch ich kann nix dafür. Dass ihr das mit Eich einfach nur erreicht. Sofft, wenn ich komm und ihr ein bisschen Arsch aufbreist. Okay, es ist so, ich hab' die erste Jahrhund, okay, pass auf. Okay, ich bin unvergleichbar, vielleicht vergleichbar mit Blackpile. Du rappt geschissener als der leichterste Rap-Teil. Und glaub dir, dass du Dreck frisst. Für mich heißt Tekken Rapschrift. Guck dir, dass du verplanen bist. Du bist behinderter als ein Konter, gar nicht kennst. Also, das ist schon krass. Ich mach Freestyles perfekt, dich mit meinem Flow nass. Also, du bist nur ein Arschgesicht. Deine Pose ist schlechter gestellt als der Strafgericht. Ich sag' nicht, ich werde fünf Minuten so, dass ich dich zum Katara ficken. Also, was ist los? Hab' ich noch zwei oder zehn Ecken Klasse Flos, oder? Ruhe, Ruhe, ich bin hier der Typ, der die Entscheidung trifft, okay? Ich bin der einzige Typ, der hier noch was zu sagen hat. Ja, aber deshalb bin ich engagiert worden, um den Kopf hinzueigen. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020